Ralle, wir freuen uns, dass du mal wieder uns zur Verfügung stehst für ein Interview. Blöd ist für die Zuschauer, die sehen keine Tore. Ja gut, ist nun mal so. Wie sieht es denn auf dem Platz aus? Harte Arbeit, aber trotzdem gute Laune? Ja klar, also harte Arbeit in der Tat. Sehr, sehr viele intensive Läufe, auch Kraftprogramme im Gym. Von daher haben wir während den Einheiten nicht ganz so viel zu lachen, aber den Spaß und die Freude lassen wir uns trotzdem nicht nehmen. Es macht ja auch einfach Spaß, dann nachgetaner Arbeit in der Kabine zu sitzen, mit einem guten Gewissen, dass man einfach wirklich hart gearbeitet hat. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn es dann endlich wieder losgeht und die Einheiten ein bisschen kürzer werden.